Ja, jetzt möchte ich einfach mal kurz ein paar technische Helferlein erläutern, die ich hier in meinem Phoenix Euro Cargo Wohnmobil mit integriert habe. Zum einen sehen wir hier, ich fahre automatisiert mit einem Zusatz, der nennt sich ACC, Adaptive Cruise Control. Das ist die gelbe Leuchte, die jetzt leuchtet. Hier seht ihr nebenbei eine Surround-View-Kamera, wo ich sehe, wie ich mich gerade auf der Straße befinde. Es ist eine sehr, sehr schöne Einrichtung. Vor allem, wenn man planchieren muss, weiß man immer, wo was los ist und es ist sehr entspannend. Ja, der Abstand, den ich jetzt zu dem fahre, der ist angenehm. Ich habe hier jetzt momentan einen Verbrauch von, ja, es geht gleich mal hoch, ein bisschen Doppel runter. Das geht jetzt 10 Liter. Im Normalfall auf jeden Fall ist es durchaus auch spritsparend, hinter jemanden, wie jetzt so ein Reisebus, Flixbus hinterher zu düsen. Der bremst automatisch mit der Motorbremse. Das hört ihr ja immer wieder hier. Damit diesen Abstand auch konkret hält. Und so fahre ich eigentlich sehr entspannt hinter dem her. Und alles Restliche erledigt eigentlich das Auto. Ja, das ist soweit von mir im Verbund mit diesem automatischen ACC. Wenn ich übrigens, das mache ich jetzt mal Spaß halber, wenn ich jetzt mal die Linie zuschiere, dann kommt der Line Assist. Das mache ich jetzt so. Und sagt mir, pass doch auf, du fährst hier nicht sauber innerhalb dem ganzen System. So. Und jetzt machen wir's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.